Hallo, mein Name ist Dirk Eis, ich bin 41 Jahre alt und komme aus Trier. Ich trainiere jetzt etwa drei bis vier Wochen hier im LuxFit in Trier und muss sagen, ich bin sehr begeistert. Genau das, was ich von einem professionellen Fitnessstudio erwarte. Wir haben hier sehr professionelle, individuelle Betreuung auf der Fläche mit kompetentem und freundlichem Personal. Und ja, das ist genau das, was ich mir vom LuxFit in Trier erwarte. Wenn auch du Lust auf professionelles Training in Trier hast, komm vorbei. LuxFit Trier am Petrusberg. LuxFit Trier